Ich bin Typen mit Kevlar. Sag mal, kann das sein, dass die außerhalb ihres Hauses Schlafsäcke haben? Wer schießt denn mit Kevlar? Ich bin nackt, ne, und trag ne Facknen-Lenne an. Ja. Wie viel Schuss hat das ungefähr dabei? Äh, ungefähr 100 von allem. Ungefähr. Ich bin hinter die, ich, das bin ich, das bin ich, Affenvogel, das bin ich. Hey, wozu ein Geier liegt meine... Hier müsste das sein, das Zeug. Ah, hier, ja, ich hab's, ich hab's. Oh, ist komplett leer, ach Leute. Ja, dann komm mal, komm mal, hörst du die Schüsse? Nee. Okay. Ähm, geh mal ein bisschen weiter links vom Gebäude, vor den Eingang. Ich lot's euch dann. Ja. Leo, nimm mal hier dann erstmal den Rucksack, da ist einige schon mal drinne für dich. Damit du dich wenigstens leeren kannst. Egal, ich komm mit zu euch. Ah, geil, wo sind die ganzen Sachen denn? Ich hab sie, jetzt schon zum dritten Mal. Ach, du hast sie, ich da, ach so, okay. Ja, ich hab den Typen gekillt, der die anhatte, hinter dir. Rechts. Ja. Ich hoffe, du siehst mich. Wenn nicht, dann schieße ich den in den Kopf. Aber jetzt dürfte keiner mit dem Haus sein, die müssen wir jetzt schon mehrfach rumgebracht haben, sodass sie, äh, weg, morgen werden müssen. Wo war der denn bitte? Was regelt ihr jetzt? What the hell? Ah, okay, korrekt. Danke dir. Ja, und pack dich wieder hoch. Äh, ich leg dir mal die Sachen dran. Wer kommt von oben? Ich bin das. Warum bleibst du nicht unten in meinem Haus, da mitten? Ja, wenn ich alleine da bin und dann überfallen werde, ist das auch scheiße, weißt du? Weil dann sind wir nämlich wieder ein paar Sachen los. Ähm, ja, ich leg noch die MP da ran, keine Ahnung. Guck mal, ob da alles ist. Ja, ja, das, also so wie ich es jetzt gerade sehe, müsste das alles sein. Ja, die MP war nicht von mir, ist aber jetzt eigentlich auch egal erstmal. Ja. Alter, wie viel zu viel wir haben, ne? Krass. Wie viel haben wir? Wie viel zu viel hab ich noch mal mitgenommen? Drei? Also jetzt haben wir neun. Links, 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 links. Hinter dir, hinter dir. Genau, da an dem Berg, auf der linken Seite war gerade. Ja, das ist gerade drunter gelaufen, hat er die letzte Tür dran. Auf der linken Seite, wo ich eben mein Loot eingesammelt habe, wenn du da runter guckst. Okay, auf jeden Fall gerade der eine Kevler-Typ steht, der ist auf jeden Fall von unten. Das bist du hier, ne? Ja. Okay. Hier links ist der lang gelaufen, in rot. Ich hab ja auf jeden Fall drei, viermal gehittet und dann ist er runtergelaufen, aufs Feld. Aufs Feld? Ja. Okay. Hier ist ein Shelter. Könnte sein, dass hier der Spawn... Ja, ich seh' ihn. Hab einen, ja, ich hab einen. Okay. Da ist ein... Ah, ne, ich war das gerade auf Holz. Okay, sorry. Ja, kommt hier wieder einer. Kevler-Fans an, läuft gerade weg, läuft wieder ran. Okay, sollen wir die dann mal sprengen? Würde ich sagen, danach. Theo? Ja. Könntest du mir vielleicht dann die MP4 geben, weil ich hab auf der, auf der M4 keine Schüsse mehr. Mit ner Pistole ist schon armselig. Sehr großen Dank. Problem. Wirst du dann wohl auch unterstützen? Den kannst du dann nachher auch dann wieder haben, wenn du willst. Ist doch scheißegal, behalte das Ding. Das Ding hatt ich ja eben gesagt. Ich geh, äh, so gesagt hinter den Felsen. Ja, ich geh mal mit rauf. Hm. Hörere Türen. Wir machen wieder die Spächer mit den Türen hier. Okay, rings um den Felsen ist keiner. Wissen Sie, wie es aussieht. Nein. Rings um den Felsen ist keiner. Alle, glaube ich, entweder drin. Ach, guck mal, die haben sogar hier. Ja, warte. Ja, ich würde jetzt umgegangen zu viel verbraten, sondern eher hochfohren. Boah, der Drecksack. Ich hab den einmal angehettet. Auf jeden Fall. Heil dich, heil dich, Eddie. Geh in Deckung, heil dich. Ist jemand draußen von denen? Nee, die kamen gerade raus. Wir haben es probiert zumindest. Mich hat er nicht getroffen. Hat er dich getroffen? Nein, ich hab den nur böse getroffen mit der Schroflinte. Wirklich böse. Es waren sechs oder sieben Hits. Locker. Dann war die Tür gerade schon wieder auf. Richtig. Kann man... Nee, kann man nicht. Natürlich nicht. Okay, Affen... Ach, Affen vorwollte ich schon sagen. Eddie, du behältst die zwei rechten Türen im Auge, so gesagt, und ich balle hier die linke. Versuch reinzurennen, wenn er die mittlere aufmacht. Nachladen, nachladen, nicht vergessen. Hab ich schon gemacht. Okay, ja, wir machen mal die Türen. Ich mach hier meine Latz, äh, Spikeball kaputt, ja? Juh. Zwei rechten Türen behält die im Auge. Wie gehört die aus? Äh, zwei. Zwei halten die aus. Achtung, der kommt jetzt hier zu der linken. Dann ballt die rechte im Auge. Heilen, heilen, heil dich. Heile dich. Nice, erste Tür sicher. Ist auf? Ja, ist auf. Nein. Erdwurf. Scheiße, auf diesen A-Nord, wir haben so viele Sachen. Ach, guck mal, hier rechts sind die neben uns. Da. Irgendwer ist gerade auf Gras geswappt. Die sind hier hinter dem Kürst. Oh, falsch. Ich bin eingesperrt. Die haben uns eingesperrt, der eine läuft weg. Hab ihn. Die spawnen irgendwo außerhalb. Die haben irgendwo ihre Schlafsäcke außerhalb. Sein gesperrt. Ah. Scheiße. Oh Gott. Ist aber gut gebaut. Muss man den lassen, ne? Ja, der eine hat vorhin die Kiste hier gerade geleert. Deswegen hab ich direkt die Tür aufgesprengt. Scheiße, der eine kam gerade aus der Tür raus und, äh, ja. Ich hab's nicht geschafft, ihn zu töten. Bist du tot? Nein, nein. Ich bin tot. Ich lebe. Verdammte Seuche, ey. Ich mach hier mal die mittlere Tür auf. Ja. So, dann komm ich jetzt hin und hol dann meine Sachen. Ja. Chill dich, ich bin vor der Tür. Nur als 4 zu 4. Krass. Wie viel zu 4 hast du noch? 4. Nehmen die mal ihre Sachen weg. Ach, nee, das ist von Eddie sehr wahrscheinlich mit dem Bogen und allem. Der M4, das ist, glaub ich, echt von Eddie. Ja, in der M4, halt ohne Munition, die MP5, ne Pistole, zwei, glaub ich, waren drinne. Ja, mehr oder 4 oder so. Alter, 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 Alter. Ich brauche jetzt schnell Steers. Äh. Wer kommt denn von da unten? Die sind ja an der rechten Tür von außen. Wer schießt über uns? Ich. Äh, ja, ja, ich bin das. Ich bin übergekommen. Ich bringe meine Tür weg, ja? Mach das. Probieren, oben zu kommen, glaub ich. Oh. Da war eine. Oh mein Gott. Ich glaub. Hier ist was Gutes, oder? Das bin ich, das bin ich, das bin ich. Achso. Hier draußen rennt auch noch einer rum. Wer ist das? Wer nicht. Das ist der Balou? Was hat er denn an? Ja, das ist Balou. Ab ein. Ab ein. Ja, ne? Die wurden geraped. Seid ihr schon oben alle? Komplett, oder was? Ich hab' mir noch mehr Kisten. Okay, die sind beide leer. Scheiße. Ich komm' jetzt grad hoch. Oh, der hat grad' alles rausgenommen. Alter hat der Fiestanat-Munition. Oh mein Gott. Hier, der hat noch eins. Der hat Fiestanat-Munition. Der schießt auf den Schmachsack. Ich hab' dich nicht angehltet. Ich hab' dich nicht angehltet. Kann nicht sein. Ich hab' keinen Hitmarker gekriegt. Alter, haben die hier viel Zeug drin. 69 Low-Quality-Metal. Drei Doorways, Metal Doorways, Holz. Ich hab' da schon was gerootet, ne? Ich bin wieder vor. Warte. Ich bin ja gleich auch da. Metal Fragment. Alter, geil. Wenn ihr jetzt jemanden hört, das müsste ich sein. Ja, du steppst draußen auf Gras, ne? Alter, Eddie, komm hier hin, du kannst deine Holzhütte so weiterbauen, Alter, das glaubst du gar nicht. Ich bin ja schon auf dem Weg. Ich zieh mich jetzt gerade nur meine ganzen Klamotten und so an. Ist einer von euch auf Gras? Ja, ich war gerade auf Gras. Ja, ja, ich war auf Gras, ne? Hat mir verstanden. Ich war so auf Gras, Alter, scheiße. Silenks, Research Kits, Alter. Ich komme. Also ein Research Kit und... Alter, geile Sache. Ach, ne? Wir können das Metall ausfertig bauen. Moment, wer macht die Tür auf? Ich nicht. Wir können keine Tür auf. Ja, ich wollte gerade sagen, da war irgendwas falsch in der Aussage. Ja, komm einfach ganz hoch, ich komme wieder runter. Gut, ich bin ganz da rum. Alter, wie viel Zeug. Leute, ich muss ja echt mal schon sagen, ne? Ich werde zwar in-game, aber war auf jeden Fall schon korrekt, eure Hütte, danke. Alter, ich habe vier volle Sticks Munition, ne? Starmark. Ich habe 69 Schluck Quality, mir hätte ledemengebausätze für das Mittalhaus. Ja, ne? Vielleicht geht es aber gerade noch nicht am abbauen, oder so? Naja, am abbauen sind wir nicht, ich würde chillen, ich habe nur in der Hütte. Komm, ich komme gerade wieder hoch. Ich komme auf die Felsenrohr vor. Irgendwer hat gerade die Tür geöffnet. Ja. Hier nebenan sind die Schlafsäcke von denen. Weiter sind. Seid ihr unten? Ja, jetzt, ich bin hinter dir, so gesagt, jetzt. Wer schießt? Ich. Okay. War da einer? Ja, der hat mich irgendwie mit dem Stein geglottet, der Wichser. Oh Gott, nice. Von links, links auf der linken Seite, wenn wir ganz nach oben gehen würden und 1 zu 4 noch hätten, könnten wir den Betten komplett zerstören. Aber eigentlich ist es jetzt auch scheißegal. Aber ja, wirklich. Wie, die Betten, um die zu zerstören, ich weiß es ja nicht. Ne, also weiß ich auch nicht, ich habe sie erst einmal mit dem Klon. Nice! Ja, das ist jetzt noch mal vergessen. Ich scheiß auf die Metallertschild, Alter. Läuft der Katon zurück, mich. Ja, läuft mir wieder Metallertschild zurück, ey. Das ist echt die... Oh, das kann man immer mal gebrauchen. Also, liebe YouTuber Zuschauer, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video. Subscribed. Und ja, das hier übrigens mein Kollege, bro, hast du eigentlich einen YouTube-Channel? Ich habe einen YouTube-Channel, aber das ist effektiv, und ich würde auch keine empfehlen, weil der Extremschutz ist. Okay, alles klar, dann haben wir diese Werbung auch schon mal abgeschlossen für den anderen Channel. Und ja, ne, schaltet einen wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.